Hallo zusammen, ich habe heute in meinem Musikzimmer eine kleine Kombo in meinem Keyboard, ein Quintett, das sind drei Mann in der Rhythmusgruppe, also Bass, Schlagzeug und Rhythmusgitarre, dann ein Pianist und ein Saxophonist. Pianist und Saxophonist, die teilen sich immer schon mal das Solo, also die Melodie. Ich achte bei dem Style natürlich genau darauf, dass nur die Instrumente meiner kleinen Rhythmusgruppe erklingen, also Trams, Bass und akustische oder Jazz Gitarre. Alle anderen Begleitspuren sind ausgeschaltet. Und mit diesem einfachen Klangbild wünsche ich euch allen ein frohes Osterfest! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018